Willkommen meine Damen und Herren, in der letzten Folge sind wir gegen N ausgerastet wegen den Indianern, einfach schwachsinnig was dort, einfach eine Cutscene, wo die eine Geschichte erzählen und wir verstehen absolut gar nichts. Was ist das so einfach? Ich weiß es nicht. Gorm ist tot! Der Troll ist tot! Olaf! Schwester, lass uns feiern! Gorm Kjötfison gibt es nicht mehr, erschlagen von Eivor-Rabenfreundin, Eivor-Waldläuferin, Eivor-Olafsretterin. Was ist los? Ich hatte eine langwährende Blutfede mit Gorm und seinem Clan. Nun kann sie ruhen. Oh, die Skalden werden von diesem Tag berichten, wie Eivor Gorm bis an den Rand der Welt jagte. Wie dem auch sei, Gorm ist tot. Ich würde euch empfehlen, diesen Ort zu verlassen. Hier gibt es nichts für uns. Ich, ich widerspreche nicht. Gorm war wahnsinnig und wahrlich ein Troll, aber er bezahlte uns in Silber und das war genug. Bruder, geht es dir gut? Ich befürchtete das Schlimmste. Mir geht es gut. Ja, ach, so gut. Und vielleicht bleibe ich eine Weile bei den Freunden, die ich hier gefunden habe. Wie du wünschst, Bruder. Und du, Eivor, wohin wirst du gehen? Mit uns über das Meer oder zurück in die Wälder? Ich segle mit euch. Brechen wir auf. Pass auf dich auf, Olaf. In diesem Leben und dem nächsten. Leb wohl. Weit windet sich die Wahlstraße vor mir. Grausam, das Geschehen, das mich hergeführt. Mein Los mag mein Leib an dieses Land binden. Doch vorerst beschreite ich die See. Und so sind wir endlich befreit von der Insel. Wir haben unsere Rache geholt. Wir haben den Edensplitterapfel abgegeben. Also, Rache geholt, okay. Kann ich verstehen. Edensplitterteil gefunden. Aber dann wieder losgeworden. Weil Eivor selber nicht versteht, was das wahrscheinlich zu tun hat. Leider nicht versteht, was es zu tun hat. Und wir haben unsere Ausrüstung wieder zurück. Sehr schön. Also wird die immer schöner. Jetzt bin ich gespannt, was uns erwartet, weil wir auf der Karte... Ja. Wo ist wer? Sind wir ganz zurück? Achso, Folge Knut schon wieder. Ne, ne, das machen wir nicht. Das ist eine andere Quest, die einfach immer wieder aufploppt, wenn ich keine andere separate Quest habe. Aber als erstes gehen wir zu Ranfi. Und jetzt bin ich gespannt, was uns erwartet. Weil, wie gesagt, eigentlich haben wir alle Stellen und Orte an der Karte abgeschlossen, die wir holen mussten. Und jetzt gibt es ein Fragezeichen. Aber lass mal gucken. Erstatte Ranfi Bericht. Hallo Ranfi. Du warst so lange weg. Warst du besorgt? Selbstverständlich. Solch eine lange Reise. Konntest du tun, was getan werden musste? Ja. Und ich brenne darauf, mich nun um die Dinge hier vor Ort zu kümmern. Gut. Es ist vollbracht. Gorm ist tot. Und der Kjötvisan-Klan aus dieser Welt getilgt. Gut. Ich würde gerne alles über deine Reise nach Vinland erfahren, wenn du die Zeit findest. Eines Tages. Oh, Entschuldigung. Da sind noch zwei Stellen. Da habe ich jetzt aber nur missgeredet. Jetzt werde ich durchpeitscht. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Bitte nicht. Hirta, ich meine nein. Ich habe einen besonderen Ruf aus Nottinger-Hamschir im Norden erhalten. Von deinem alten Freund Vili. Vili. Den Namen habe ich schon zehn Winter oder mehr nicht gehört. Wie geht es ihm? Gut scheint es. Vili bittet dich an Festmahl und Feierlichkeiten zu Ehren seines Vaters Jarl Heming teilzunehmen. Eine willkommene Einladung. Es wird schön sein, ihn wiederzusehen. Es lohnt sich auch anzumerken, dass sein Vater ein mächtiger Verbündeter wäre. Reist du hin? Vili. Ach, ne Vili. Okay, dann gehen wir und reisen zu Vili. Wo ist denn Vili? Oh guck mal, Vili ist ziemlich nah dran. Warte mal, haben wir hier? Ne, hier haben wir nichts. Okay, dann gehen wir hier hin und besuchen mal Vili. Also Vili haben wir zehn Jahre lang nicht gesehen. Interessant. Vielleicht kennt ein oder andere den ehemaligen Community-Mitglied Vili, der mal eine Zeit lang auch in GTA dabei war. Wahr, also er ist kein Teil mehr von der Community. Hä, ein Seepferdchen. Komm her, mein Ferrari. Bring uns 300 Meter geradeaus. Zur Vili. Oh, nicht 300 Meter. 500 Meter. Wir wurden genutzt. Schnee im Dunkeln. Im echten Leben, Schnee im Dunkeln. Das sieht so schön aus. Ist alles schön. Was ist denn hier los? Egal. Ist alles schön hell. Auch hier. Es ist eigentlich dunkel, aber ist alles schön hell. Hat ein besonderes Feeling. Sieht atemberaumend aus. Vor allem, wenn du so einen Garten hast. Ich habe einen Garten. Schaust du hin und denkst dir so, wow, keiner ist draufgetreten. Also wir haben alle gesagt, immer nicht drauf treten. Ja, da sind wir. So, wieder Pahnen und Rohstoffe. Und da sind wir. Hallo? Kann ich bei euch mitmachen? Ich freue mich darauf, Vili wiederzusehen. Schenkt weh draus. Evo ist in Snottinger Hand. Skald. Skald. Zog die Vorräte gut fest. Wir könnten jeden Moment ablegen. Mit Namen, Frau in Sweetheart? Hallo? Nicht wegrennen. Ich möchte sprechen. Kann ich meinen Augen trauen? Bist du es wirklich? Drück wie, du alter Hund. Wie geht es dir? Evo. Oh, eine alte Freundin ist ein gutes Ohm. Sieh sich das einer an. Man könnte dein Kinngras glatt für eine Hecke halten. Doch der gesunde Bart eines Jarls ist es auch nicht. Und wie geht es Vili? Seine Nachricht hat mich sehr gefreut. Ich stehe hier heute an Vili's Stelle. Er und sein Vater brachen auf nach Ulkertorp, um eine Invasion der Pikten abzuwehren. Wir haben sie lange belagert. Und nun will Jarl Heming die Arbeit beenden. Er sucht Ärger. Ich hätte es wissen müssen. Ja. Willis Schwert findet wirklich immer Ärger. Früher oder später. Nicht das schlechteste Leben. Doch trotz des Kriegsgeschreis sollst du wissen, dass Willis Vater sehr viel gebrechlicher ist als bei deinem letzten Besuch. Wie kann das sein? Jarl Heming ist ein Stier. Das stimmt. Und er wird sich freuen wie Skull mit dem Mond in seinem Maul, wenn er dich sieht. Komm. Der schnellste Weg führt über den Fluss, auch wenn uns diese Gewässer feindlich gesinnt sind. Du bringst uns Glück. Wir könnten die Meerhengste flussabwärts reiten. Unser Jarl hat lange genug gewartet. Wir folgen dem Wolfsmahl zu seinem Lager. Alter, boah, ist so schnell. Der stimmt auch beim Laufen. Bitte lass uns reiten, Alter. Du bist mir zu redefreudig. Der erzählt mir zu viele Geschichten. Mach die See ungeheuer bereit. Evo Wolfsmahl ist hier, uns den Fluss hinauf zu eskortieren. Ja, dann heißt es natürlich Langschiff. Noch ein Stück, noch ein Stück. Perfekt. Kommt da rein, seht da raus. Ich erinnere mich, wie du viele legendäre Geschichten am Herdfeuer spannst, als Willi und ich noch klein waren. Aber ich meine, du erzähltest uns nie, wie du dich Jarl-Wilming verpflichtet hast. Ist das eine gute Geschichte? Oh ja, aber sie ist traurig. Ich schätze, ich war im selben Alter mit dem Volk. Es war so klar. Moin, Hammerkollegie, Big Bad Joker. Big Bad, Entschuldigung, nicht Bad, sondern Back. Big Bad Joker. Das ist wieder so ein Mist. Ach ja, das ist wieder mal so ein Mist. Aber was soll's, Leute? Was gehört dazu? Guck mal, in den alten Assassinen teilen, konntest du uns schießen. Auf so ein Boot aus. Du hattest Männer, die haben geschossen und mitgemacht. In diesen Assassin's Creed teilen, ergibt das irgendwie keinen Sinn. Viele legendäre Geschichten am Herdfeuer Spanzt, als Willi und ich noch klein waren. Aber... Ritten am Ufer. Beschützt den Schiffstrupp. Schießen! Schießen! Du wirst mir nicht entkommen. Schießen! Bogen! Sterben! Das ist doof. Naja. Wir probieren es noch einmal und dann gucken wir mal das nächste Mal nach oder sowas. Das macht nämlich für mich persönlich keinen Spaß, wenn man an einer Stelle die ganze Zeit gefangen ist und Eivor sagt die ganze Zeit schießen, aber keiner schießt, weil die haben glaube ich keine Pfeile. Du wirst mir nicht erinnern, wie du viele legendäre Geschichten am Herdfeuer Spanzt, als Willi und ich noch klein waren. Aber ich meine, du erzähltest uns nie, wie du dich Jarl Heming verpflichtet hast. Wo sind sie? Ich kann Hemings Schiffstrupp nicht schutzlos zurücklassen. Ritten am Ufer! Beschützt den Schiffstrupp! Oh! Was ist das, alter? Also Leute, ich muss wirklich sagen, ich bin an einigen Stellen von diesem Spiel enttäuscht. Zum Beispiel muss ich hier alles machen, was gefühlt keinen Sinn ergibt. Empfiehlst du das Spiel? Wenn du auf Rollenspiele stehst, wenn das Rollenspiel lastig ist, ja, dann empfehle ich das. Aber ansonsten Finger weg, wenn du denkst, oh Assassin's Creed? Nein. Hat überhaupt nichts mehr mit Assassin's Creed zu tun. Ist ja so ein Anti-Assassin's Creed. Das ist halt, die haben nur den Namen genommen, gefühlt sich das so an, weißt du? Ich weiß, ob ich das vermitteln kann, was ich damit meine. Story-technisch gesehen hat das wirklich nichts mit Assassin's Creed zu tun, finde ich. Und dann halt auch diese, du hast deine Kämpfer dabei. Ich bin ja nicht die einzige Kämpferin. Mein Schiff ist voller Kämpfer, die ich dabei habe, aber die machen gar nichts. Get bad. So, wo ist unser Schiff? Da. Guck mal, dass sie auch nicht zu mir kommen. Es ist vorbei. Ja, ich weiß, ich habe die Führung übernommen, aber jetzt habe ich die ja aktuell abgegeben. Sie kommen einfach nicht zu mir. Weiter geht's, Mannequens. Und ich weiß, ja, wir gehen gerade wieder zu einer neuen Stelle und das baut dann halt alles auf, die Spannung. Aber trotzdem. Ich brauche auch Männer, die mit mir kämpfen. Da, meine Männer könnten jetzt auch aussteigen. Was machen meine Männer? Die Chini-Reihe. Ja. 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 Guck mal, die sagt auch. Schützt den Schiff-Trupp, also sie gibt ihren Männern einen Befehl. Die Männer machen nichts. Das meine ich halt. Das meine ich an solchen Spielen. Das macht alles kaputt. Es gibt auch viele Leute, die sich halt so mit der Wikinger-Geschichte auseinandergesetzt haben. Und es gibt sehr viele Elemente, die hier gar nicht vorkommen oder auch halt in irgendeiner Form falsch sind. Aber es ist egal, wir fighten uns jetzt den Weg einfach frei. Dann ist das nun mal so. Damit müssen wir uns halt einfach, ja, zufrieden setzen. Aber es sind halt so nicht motivierende Motivationsmomente. Die Story geht halt zu sehr sinnlos in die Länge. Wir müssen jedem helfen. Keiner hilft uns. Ich weiß gar nicht, was Avos' Lebenselixier ist. Wenn man das so sagen kann. Ihr Bruder Sigurd ist es ja nicht. Wir wurden sozusagen ja verbannt. Wir haben ja Englerland verlassen. Äh, nicht Englerland. Wir sind zu Englerland gekommen, weil wir uns was aufbauen wollten. Wir haben uns auch was aufgebaut. Aber wo ist das Danach? Es gibt kein Danach. Das ist das Riesenproblem. Irgendwann reicht das halt nur mal mit Verbündete, Verbündete, Verbündete. Ich guck mal, ob ich meine Leute zu mir holen kann. Nee, kann ich nicht. Okay. Hello. Can I take your thing and go to the other side? Nein, kann ich auch nicht. Thank you, well. Hier macht er. Und zurück. Super. Und die Segel setzen. Ich habe auf die Karte geschaut gerade eben. Da stand 700 Meter. Ich dachte mir, oh ja, 700 Meter. Wir sind gleich da. Cool. Vielleicht ein Gegner. Das war es dann. Da hinten sind sogar noch welche, glaube ich. Doch nicht. Ah, wir sind da. Super. Wer ist nicht das Beste, aber okay. Mach es gut, Robin. Danke, dass du da warst. Wir haben es geschafft. Komm mal, Alter, Mann. Nie so spiel, Alter. Es geht nicht weiter. Vielleicht müssen die noch kommen. Lasst uns hier anlegen. Lasst uns hier anlegen. Wir legen mal nochmal an. Vielleicht müssen die auch noch anlegen. Es geht aber gefühlt nicht weiter. Ich habe den Befehl, nach Starnburg zu gehen. Aber unser Lager liegt gleich voraus. Also zieh ohne mich weiter. Willi und Jarl Heming werden sich freundlich zu sehen. Okay. Willi und Jarl Heming oder wie der heißt. Heming. Sehen wir das nächste Mal. Für heute sind wir am Ende angekommen. Kibetan mal geil. Bis zum Ende. Gelände. Tschüss.